Presse und Meinungsfreiheit sind unerlässliche Säulen einer Demokratie. Gegenwärtig aber müssen wir feststellen, dass an diesen Pfeilern mächtig gerüttelt wird. Denn im Moment wird dieses hohe Gut der Meinungsfreiheit nur noch politisch konformen Medien zugestanden, nicht aber mutigen, freien Aufklärern, die überaus viele persönliche Opfer bringen, um der Bevölkerung eine Gegenstimme zum Mainstream zu bieten. Gemäß einer Überschlagsrechnung sackt Deutschland jährlich ca. 8,5 Milliarden Euro an Zwangsgebühren ein, die Schweiz 1,2 Milliarden Schweizer Franken und Österreich 722 Millionen Euro, wohingegen freie Aufklärer aus eigener Tasche und mit Spenden finanziert Unglaubliches leisten. Sie aber werden noch aufs Äußerste diffamiert, boykottiert, zensiert und bekämpft. Nachfolgend zählen wir nur einige wenige aktuelle Beispiele auf, die uns zugetragen wurden, um zu zeigen, dass dies keine leeren Behauptungen sind. Fangen wir an mit Auf 1. Stefan Magnet mit Dr. Geißler vom baden-württembergischen Satellitenfernsehen. Im Februar dieses Jahres wurde Dr. Geißler, der beim baden-württembergischen Satellitenfernsehen eine vertraglich abgesicherte Lizenz hatte, ein Bußgeld von 195.007 Euro aufgebrummt. Sein Vergehen? Dr. Geißler hat Sendungen des österreichischen Aufklärungssenders auf 1 mit Stefan Magnet ausgestrahlt. Jürgen Elsässer, Gründer und Chefredakteur des Kompaktmagazins. Auch dem bekannten Kompaktmagazin und TV-Sender wurde böse mitgespielt. Das Magazin wurde von allen großen Kiosken verbannt. Ebenso wurden Firmenkonten von der brandenburgischen Sparkasse kurzerhand gekündigt. Der haltlose Vorwurf lautet, das rechtsextreme Kompaktmagazin habe Spenden gesammelt, um die AfD-Wahlkämpfe zu unterstützen. Sparkassen sind Anstalten des öffentlichen Rechtes und zur Sicherung der Grundrechte ihrer Kunden verpflichtet. Offenbar aber wird hier gesiebt, welchen Kunden überhaupt ein Grundrecht zusteht. Dr. Heiko Schöning, Wissenschaftler, Arzt und Buchautor, zuletzt von Game Over. Dr. Schöning wurde am 10. März dieses Jahres für einige Stunden festgenommen, kurz vor Beginn seiner Rede auf der Friedensdemo in Berlin. Dasselbe passierte ihm im September 2020 während einer Demo in London. Und ebenso, kurz bevor er als Redner im Hyde Park eine Ansprache über die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen halten konnte. Dr. Ganser untersucht die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror. Aber auch er als Friedensforscher und Befürworter von außerkriegerischen Konfliktlösungen wurde in die Zange genommen und von den Mainstream-Medien rufmörderisch verleumdet. Sein Lehrauftrag an der Uni St. Gallen wurde nicht verlängert und seine Kollegen distanzieren sich aufgrund der öffentlichen Diffamierungen von ihm. Oliver Janich, Journalist und Buchautor Er wurde 2022 mit einem Sturm von ca. 20 Bewaffneten auf den Philippinen festgenommen. Warum? Äußerungen Janichs, die als Allegorie auf zuvor von Medien getätigten Aussagen zu verstehen waren, wurden aus dem Kontext gerissen und als Aussagen dargestellt. Zensur und Verleumdung vom Feinsten. Aber auch Magazine und Zeitungen wurden nicht verschont. Epoch Times Dem unabhängigen Medienunternehmen Epoch Times, das seine Berichterstattung als frei vom Einfluss der Regierung bezeichnet, wurden von YouTube von einem Tag auf den anderen zahlreiche Kanäle sang- und klanglos gelöscht. Seine politische Arbeit wurde dadurch massiv behindert, sowie seine Werbeeinnahmen abgewürgt. Schweizer Expresszeitung mit Herausgeber André Barmettler Die Schweizer Expresszeitung wurde mit schwammigen Argumenten wie mittlerweile die Zeitung wieder bekommen können. Nun aber unter dem Namen Auch klar TV ist von Attacken nicht ausgenommen. Da klar TV aufgrund weltweiter ehrenamtlicher Mitarbeiter finanziell unabhängig ist, sehen die Angriffe auf uns etwas anders aus. Hetzkampagnen und massive Verleumdungen mit Zerstörungswut sind die andere Hausnummer der Offensiven. Beispielsweise hat der Schweizer SRF wohlgemerkt in der besten Sendezeit am 12. März diesen Jahres eine Sendung mit einer Person ausgestrahlt, die sich fälschlicherweise als ehemalige Klartv-Leiterin ausgibt. Übelste Behauptungen und Falschaussagen verunglimpften Klartv. Allsämtlich ohne Wahrheitsbeweis. Aufgrund der altbekannten Leier der Medienlügen wurde seitens des SRF, wie schon seit Jahrzehnten in der Mainstream-Presse, der Sektentrommelwirbel abermals heftig geschlagen. Offensichtlich geht es darum, sowohl in Deutschland und in Österreich als auch in der Schweiz den freien Aufklärungsportalen mit internationaler Reichweite den Geldhahn abzudrehen und sie dadurch zum Schweigen zu bringen. Mit dem Argument, eine zweifelhafte Desinformation begangen zu haben, werden Handschellen angelegt und die Aufklärer in Schwierigkeiten gebracht. Dadurch wird ihre Arbeit massiv behindert und versucht, sie auszuschalten. Exempel werden statuiert. Durch den bereits von Frau von der Leyen angekündigten Kampf gegen Desinformation, wie sie ihn am 54. Jahrestag des WEF im Januar 2024 verlautbarte, werden jetzt Aktivversuche unternommen, durch Einschüchterung, Diskreditierung, Verhaftung und Rufschädigung den zuvor genannten Geschädigten einen Riegel vorzuschieben. Solche Diformierungskampagnen und Verhinderungen der Presse- und Meinungsfreiheit sind inakzeptabel, ein Bruch mit der Demokratie. Die Geschändeten sind aber nicht nur die zuvor genannten, sondern jeder Bürger, der dazu genötigt wird, die Meinungsverbrechen durch Zwangsgebühren mitzufinanzieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017